Schamanismus ist schon was Krasses. Da kann man echt heftige Dinge erleben, wenn man wirklich tief einsteigt. So richtig lebensveränderndes, zutiefst heilendes, wirklich tief, also sehr tief. Den Geist öffnendes, befreiendes, so richtig in der Seele befreiendes. Das steht da so auf dem Programm, wenn man da richtig tief einsteigt. Aber es ist auch so, dass nur die Mutigsten sich da wirklich tief in diesen Kaninchenbau hineinwagen. Was sind eigentlich schamanische Techniken? Was soll eine schamanische Technik bewirken? Bei schamanischen Techniken geht es um Trance-Techniken. Und mit diesen gelangt man in nicht alltägliche Wirklichkeiten, innere und äußere. Es geht dabei darum, das Bewusstsein zu erweitern, sich vom Alltäglichen zu lösen und in andere Welten, andere Dimensionen des Seins sozusagen einzutauchen. Dabei erlebt man dann erweiterte Dimensionen von sich selbst auch, bis hin zu totalen Einheitserlebnissen. Bei schamanischen Techniken geht es aber nicht nur um, sagen wir mal, transzendente Selbsterfahrung, sondern es geht auch oft darum, anderen zu helfen, was Gutes für die Welt zu tun. Grob gesagt, zusammengefasst, sind die Nutzen von schamanischen Techniken Erstens Bewusstseinserweiterung und spirituelle Öffnung bzw. Befreiung, zweitens Heilung, Heilarbeit und drittens die Erforschung des Ungreifbaren, des Nicht-Alltäglichen, des Transzendenten. Übrigens leite ich übermorgen, am Montag, 11. November, 19 Uhr, mal in meinem kostenlosen Live-Webinar eine solche Trance-Technik an, eine schamanische Trance-Technik. Da geht es dann darum, sich von Altlasten zu befreien und mehr Raum für ein leichteres Leben zu schaffen. Das ist da der Nutzen. Und dafür sind gerade kollektivte Energien da, deswegen können wir das gut nutzen. Und da kannst du auch prüfen, wie weit du oder wo du mit deinen schamanischen Fähigkeiten stehst. Stopp mal ein kurzes Video und melde dich schnell an, wenn du das erleben möchtest, weil die Plätze sind begrenzt und würde mich freuen, wenn du dabei bist. Zurück zum Thema. Eigentlich ist die Nutzung von natürlichen Psychedelika, wie etwa Ayahuasca, Hanf oder Zauberpilze, das krasseste, was man schamanisch nutzen kann. Aber das ist genau genommen keine Technik, sondern da geht es eher darum, sich gut vorzubereiten, ein Protokoll einzuhalten, ein bestimmtes Setting zu nutzen und dann gut nachzubereiten. Da gehört viel dazu. Das ist nicht nur einfach was einwerfen und fertig. Die Psychedelika, also etwas, das die Seele offenbart, eine Substanz, die einem das Seelische, das Unbewusste, das Ungreifbare, das Transzendente zeigen kann. Die machen dann den Rest, wenn das drumherum gut aufgebaut ist. Die schalten dann das kognitive System komplett aus oder um in ein anderes Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmuster und geben einem eine krasse Menge an Lebensenergie auch. Die wird da frei, dadurch, dass das kognitive System abgeschalten wird. Und man angebunden wird an diese enormen Energiefelder, an das große Ganze sozusagen. Und dann katapultiert das das Bewusstsein des Konsumenten in transzendente Erfahrungsräume hinein, bis hin zum Ego-Tod, also die Auflösung des Ich-Erlebens und damit hinein in Einheitserfahrung. Das ist nicht immer so. Das gibt mehrere Faktoren, die das lenken. Eins ist klar, man selbst hat keine Kontrolle darüber. Da geht es um Hingabe. Und dann ist es so, erst wenn diese Substanz im Körper nicht mehr wirkt, hört das dann auf. Oder wenn das nach und nach abgebaut wird, gelangt man nach und nach, Schritt für Schritt wieder zurück ins Alltagsbewusstsein. Und dann geht es darum, dass man das gut integriert. Sonst brennt einem wirklich die ein oder andere Sicherung durch. Und ja, das kann echt nach hinten losgehen. Also gehört sowas auch wirklich in die Hände von sehr erfahrenen schamanisch Praktizierenden. So sehe ich das. Oder denen, die gut vorbereitet sind, soweit man sich darauf vorbereiten kann. Nachdem man da komplett aus dem Alltag rauskatapultiert wurde durch Psychedelika, holen einen dann die Geister sozusagen ab, die da hinten dran stehen und arbeiten mit einem. Und die machen dann das, was die denken, was richtig und wichtig und gut ist. Man ist dann sozusagen diesem Ganzen ausgeliefert, solange das im Körper einfach wirkt. Da hat man nur noch die Möglichkeit, sich einfach hinzugeben. Mehr kann man da nicht mehr tun. Das öffnet enorm und kann Leben wirklich auf den Kopf stellen. Es kann aber auch Menschen enorm ins Chaos stürzen. Wenn sich zum Beispiel jemand nicht damit auskennt oder einfach aus der falschen Haltung herangeht. Ich habe schon wirklich eine Menge Leute bei mehreren schamanischen Sitzungen gehabt, die irgendwie blauäugig Psychedelika ausprobiert haben. Oft auch einfach so als Partydroge oder weil Jugendlich und einfach mal ausprobiert. Oder um der Welt zu entfliehen, dem Problem des Alltags zu entkommen sozusagen. Das geht dann nicht gut aus. Da haben so viele, ja, das kann wirklich Probleme geben. Deswegen genau gucken, was man da macht. Aber es ist auch eine Frage der Dosierung und einfach des bewussten Umgangs und der Erfahrung. Passender finde ich hier bei Psychedelika, statt von schamanischer Technik zu sprechen, weil das ist nicht wirklich eine Technik, passender wäre hier von schamanischer Technologie zu sprechen. So, das passt, finde ich sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wenn wir Psychedelika mal beiseite lassen, dann ist die krasseste schamanische Technik die, die die stärkste Trance herstellt, die einem hilft, den Geist zu lehren, damit das Bewusstsein sich enorm erweitern kann und man in die Wirklichkeit hinter der Alltagsrealität einsteigen kann. Das, was bei Psychedelika-Konsum für einen gemacht wird, sozusagen aus eigener Kraft und weitestgehend kontrolliert. Das ist dann, da sind wir bei schamanischer Technik. Was dabei besonders viel Mut braucht, ist, sich möglichst ganz vom Alltag zu lösen, von all den Identifikationen, von denen man denkt, dass man im Alltag ist. Das gibt einem ja normalerweise im Alltag Halt und Sicherheit und man gibt das dann alles auf, zumindest zeitweise, teilweise, und begibt sich dann, begibt sich sozusagen ins große Ungreifbare, Unbekannte, wo da keiner mehr ist, der einem helfen kann. Das ist völlige Hingabe. Das Ego muss einfach loslassen. Und Psychedelika nehmen das uns eben einfach so ab, dass man hier im Prinzip nur noch die Wahl hat, lasse ich jetzt los oder nicht? Gebe ich mich jetzt hin oder gebe ich mich nicht hin? Mehr Wahl hat man da nicht mehr. Du hast da rausgenommen, du bist dann einfach woanders mit deinem Bewusstsein und das verkraften viele nicht, besonders wenn sie sehen, was hinter dem Alltag steht. Das ist einfach, ja, und auch danach, dass viele verkraften das einfach nicht. Das ist wirklich nichts für jeden. Und da gehört nicht nur Mut dazu, sondern eben auch eine gewisse Haltung und Vorbereitung, Nachbereitung. Und das kann auch enorm große Angst machen. Da kommt teilweise krasse Todesangst. Deswegen ist das nur für Mutige. Und wenn man eben blauäugig daran geht, da muss man sich darüber im Klaren sein, dass hier auch die eigenen Schatten hier extrem ins Bewusstsein kommen können. Und das kann einfach krass überwältigend sein. Genauso gibt es eben schamanische Techniken ohne Psychedelika, bei denen es darum geht, sich zu lösen vom Alltag, um in die nicht alltägliche Welt einzutauchen. Aber hier geht es eben um das eigene Vermögen daraus. Man hat ständig die Kontrolle, bis man sich dann für höheres Bewusstsein öffnet und da die Kontrolle auch wieder abgibt. Aber dieses Abgeben ist auch kontrolliert und das zurücknehmen, wenn man das möchte. Und genau das, das da ist die Kunst des Schamanismus, behaupte ich. Dass man genau weiß, was man tut und irgendwo dann doch die Kontrolle darüber hat. Und hier hat man es auch selbst in der Hand, wie weit man geht mit schamanischer Technik. Jederzeit und kann auch wieder zurück. Bei Psychedelika gibt es einfach kein Zurück mehr. Nur noch den Weg hindurch. Und das hat Vor- und das hat Nachteile. Mache ich vielleicht mal ein extra Video dazu, was die Vor- und Nachteile sind. Im Grunde braucht es aber, wenn man aus eigener Kraft schamanisch arbeitet, also ohne Psychedelika, mindestens genauso viel Mut. Weil, wie ich schon erwähnt, man hat ja da dann ständig die Wahl und kann jederzeit wieder einen Rückzieher machen. Und nur, wer wirklich mutig genug ist, wird das auch durchziehen. Weil man wird dann nicht gezwungen, von irgendeiner Substanz da durchzugehen, sondern man muss sich selber immer wieder entscheiden. Und dann muss man immer weiter trainieren und sich immer weiter öffnen, loslassen und sich befreien. Okay, fragen wir nochmal. Was ist jetzt die krasseste schamanische Technik? Die Sache ist die, es gibt nicht die eine, denn jeder tickt etwas anders, steht woanders mit seinen Fähigkeiten und hat eine andere Konstitution und bringt andere persönliche Dinge mit ein, sozusagen. Daher muss jeder die Techniken und Wege finden, die gut zu ihm passen. Es gibt zwar welche, die sind viel, viel effektiver, effizienter als andere, ist klar, wie überall, aber am Ende habe ich gemerkt, durch meine Erfahrung, ich bringe das jetzt schon lange vielen Menschen bei, dass es passen muss. Ja, das muss zu einem passen. Das zum einen passt, kann sein, der andere muss das ein bisschen abwandeln, damit es für ihn gut passt. Daraus ergibt sich dann quasi die individuell effektivste, optimalste schamanische Technik. Ich habe dir auch gleich noch ganz einfache Formel dafür zusammengestellt. Sei gespannt. Zunächst aber behaupte ich, dass für die krasseste, beste, optimalste, effektivste schamanische Technik drei folgende Voraussetzungen dabei sein müssen. Erstens, die Bereitschaft, den Körper und den Alltag aufzugeben, zumindest zeitweise, nicht für immer und ewig, sondern zeitweise. Da braucht es ein gewisses Selbstvertrauen, also Vertrauen in das eigene, tiefere oder höhere Selbst. Zweitens braucht es die Bereitschaft, mal den Geist auszuschalten und auszulassen, ja, also das Aufgeben des Denkens, zumindest zeitweise, die Identifikation mit dem Verstand, mit dem Denken loszulassen. Okay, jetzt bin ich mal eine Weile nicht der Verstand und die Gedanken bin ich eh nicht, aber im Alltag tue ich so, jetzt lasse ich das mal ganz los. Und das Dritte ist, man braucht einen starken Antrieb, in das Nicht-Alltägliche vorzudringen. Nennen wir das mal Entdeckergeist, Abenteuerlust oder Neugierde, was die inneren Welten betrifft und das Nicht-Alltägliche und eben Mut. Die ersten beiden Sachen kann man sich gut aneignen. Die Neugierde und den Mut, den muss man schon mitbringen. Ja, das muss da sein, so ein innerer Antrieb, weil damit beginnt das Ganze, sonst bleibt man nicht lange dabei und dann trainiert man nicht so weit, dass es wirklich spannend wird. Und das ist auch so der Funke, der dann später zur Flamme der Erkenntnis wird. Und die, wenn das mal brennt sozusagen, was jetzt? Und technisch gesehen braucht es eine passende Kombination aus folgenden fünf Sachen. Es braucht erstens Techniken, die einem helfen, die Lebensenergie enorm zu steigern. Das braucht man. Zweitens, man braucht eine körperliche Entspannungstechnik oder Aktivübungen, um den Körper loszulassen. Drittens, man braucht eine gute Meditationstechnik, um den Geist auszuschalten. Bei Carlos Castaneda heißt das auch, die Welt anhalten, falls du das kennst. Viertens, eine gute Trance-Technik brauchst du, um sich zielt auf eine andere Ebene des Seins zu bringen und dort zu halten, einen Übergang zu machen sozusagen in die andere Ebene. Hier geht es um Fokus. Ich nenne das auch Trance-Haltekraft. Und das fünfte, ganz wichtig, nicht vergessen, eine gute Erdungs- und Integrationstechnik für danach. Ganz, ganz wichtig. Die Kurzformel lautet hier also, Energie plus Loslassen plus Stille plus Fokus plus Erdung gleich die krasseste schamanische Technik. Und ja, kannst du bei mir auch alles Schritt für Schritt lernen. Teil gern dieses Video mit allen, für die das auch interessant ist und komm auf jeden Fall sehr gern übermorgen zum Webinar, 11. November, 19 Uhr, um mal sowas zu erleben und zu gucken, wo du da stehst. Melde dich am besten gleich hier an. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.